Willkommen auf dem heißen YouTube-Kanal von NEWS. Abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten und heißesten Nachrichten zu erhalten. Florian Silbereisen, aus und vorbei. Er hat alles verloren. Oje. Traurige Neuigkeiten von Florian Silbereisen. Armer Florian. Eigentlich wollte der Star lediglich einen Schnappschuss von sich bei den Traumschiff-Dreharbeiten teilen. Doch die fähne Resonanz darauf ist alles andere als positiv. Florian Silbereisen in der Wüste via Instagram postete Florian nun ein Bild von sich. Auf dem er zu sehen ist, wie er im Rahmen der Traumschiff-Dreharbeiten mit Schauspielkollegin Barbara Wassau die Wüste durchquert. Dazu kommentiert der Schlagerstar. Für die heutige Traumschiff-Folge durfte ich mit Barbara Wassau zum ersten Mal in der Wüste snowboarden. Doch während sich der Star sonst stets auf die Unterstützung seiner Fans verlassen konnte, zeigen die sich von dem Foto überhaupt nicht begeistert. Florian-Fans kritisieren den Schlagerstar. Das mit den Snowboards in der Montur ist die Entschädigung dafür. Dass sie heute keine Herztransplantierten haben sowie gab es die Pornobrille für den Floril im Angebot. Sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Foto von Florian finden lassen. Was der Schlagerstar davon denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab er dazu noch kein Statement ab. Bleibt somit nur zu hoffen, dass er sich die Anfeindungen nicht allzu sehr zu Herzen nimmt. Was der Schlagerstar. 未 compravt. Ja, dank der poop.